Hallo, ich bin Wisam. Ich komme aus Syrien. Ich bin Flüchtling und im nächsten Monat war ich in Tokio. Ich habe schon für nur ein Land geboxt, für mein Syrien, mein Heimatland, aber momentan boxe ich für die ganze Welt. Es gibt überall Flüchtlinge, deswegen boxe ich für alle Flüchtlinge in der ganzen Welt. Das heißt, ich boxe für viele Länder, nicht nur für ein Land. Für Sport ist es egal, ob ich jetzt in eine andere Stadt ziehe oder wie gesagt beim Wessem jetzt speziell der Flüchtling, ist es immer eine gute Chance, in das System reinzukommen, weil hier im Sport gibt es viele Leute aus vielen Berufsgruppen und viele Kontakte kann man knüpfen und so weiter. Also Sport ist immer vorne dabei, wenn es um Integration geht.